Herzlich Willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier schon einen schönen Look, passend zu meinem Outfit. Das zeige ich euch noch. Ich mache mich fertig. Es geht gleich zu meiner Freundin. Ich freue mich total. Eine richtig süße kleine Palette. Wir machen uns gemeinsam fertig. Wir wieder mit dieser süßen Palette. Ich nehme so ein bisschen Blush. Passt gut dazu. Mascara. Ich nehme den Blush. Passt gut zu meinem Outfit. Zum Beste. Und ein bisschen Blush. Lipgloss darf es sein. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Montag. Einen guten Start in den Montag. So eine süße kleine Handy Palette kann man schön in Täschchen machen. Also ich bin total happy damit. Und lässt sich gut schmecken. So geht der fertige Look aus. Ein gutes Parfüm darf es sein. Riecht richtig gut. Das ist mein heutiges Outfit. So diese Tasche und Schuhe. Ich habe ein paar Dinge. Bis zum nächsten Mal. Da Chapef. Das ist mein Santa-Sachat. So, ich bin bei Action. Das darf mit. So, jetzt bin ich bei. So, jetzt im Volvo. Für jeden was dabei. Ich zeige euch jetzt, was ich geshoppt habe, ihr Lieben. Ich war eben Volvo gewesen, habe diese wunderschöne Hose mitgeholt, für 5 Euro. Da war sie mein, ich habe die schon mal gesehen und jetzt habe ich sie mitgenommen. Ich freue mich total drauf. Dann war ich im Action und das durfte mit. Zweimal, da freue ich mich richtig drauf, den Estich zu machen. Dann durfte ich das mit, wie es ich so gerne. Dann so einen kuscheligen Hausanzug, so aggliedig. Ist hier so schön abgebildet. Den werde ich euch mal zeigen, wenn ich ihn trage. Dann durfte eine Schminkpalette mit. So, schöne Farben. Und dann noch eine Glitzerpalette. Da freue ich mich sehr, sehr drüber. Um sie mit euch zu testen im nächsten Video. Dann durfte ich diese wunderschöne Schale. Ich werde sie euch zeigen, wenn ich dekoriere, wie es aussieht. Diese süße Schale durfte ich mit. So, so süß. Ich liebe sowas. Ich habe dazu die passenden Teller. Ich habe hier ein bisschen ein Handtuch reingemacht, dass nichts passiert. Diese süßen zwei Teller durfte mit. Da freue ich mich sehr drüber. Dann ein neues Handtuch durfte mit. Das werde ich aber zuerst waschen und die Wäsche machen. Gleich eine Waschmaschine anmachen. Und so ein großes Handtuch zum Waschen durfte, zum Duschen durfte mit. Dann brauchte ich mal wieder Kopfhörer. Und ja, da war Action. Und jetzt kommt Taco. Diese coole Sonnenbrille durfte mit. Ich hatte die schon mal gesehen. Ich finde die so, so mega cool. Yeah. Dann durfte mit. Hoppla. Dieser süße Ring. Den werde ich euch mal zeigen, wenn ich ihn anziehe. Diese süßen Ohrringe. Ich fand die ja so niedlich. Die mussten nicht. Sowas von niedlich. Dann so ein Fußkettchen. Da freue ich mich sehr drüber. Das durfte mit. Ja. Was zum Trinken habe ich im Actionmarkt geholt. Ich hatte so Durst. Schmeckt auch total gut. Das durfte auch mit. Das war der kleine Haul an euch. Es hat mir mega Spaß gemacht. Okay. WirBY aus. Oder wir können mich sehr zueتي. Jetzt ist das Georgia ein.